Leonies neuer Rekord. Persönliche Poop Desperation Bestzeit. Sie liebt das kribbelnde Spiel mit dem Drängen des großen Geschäfts. Leonies Challenge, bei der es einzig darauf ankommt, die Einhaltezeit vom letzten Mal erneut zu überbieten, reizt sie daher sehr. Obwohl der Druck im Darm sie extrem quält, erregt es sie unendlich. Wird dieser Rekordversuch gelingen oder am Ende in die Hose gehen? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de